Das sind unsere Farbmuster. Jede Farb hat verschiedene Farbvarianten. So, und jetzt gehen wir die Farbe mischen. So, ich fühle mich manchmal wie ein Kopf. Ich habe für jede verschiedene Farbe ein anderes Rezept. Manchmal als Auswendung könnte man es nicht lernen, aber dafür habe ich auch mein Buch getan. So, jetzt haben wir unsere Farbe gemischt. Neben mir mische ich noch mit Daisy. Parallel, falls wir noch viel zu tun haben. Sie mischt hundertstuhl genauer als mehr Menschen, aber sie braucht viel länger als wir. Und jetzt geht es weiter. So, das ist unser erster Arbeitsschritt. Und zwar hat der Bund einen Schaden gehabt. Wir schließen ihn jetzt und mattieren ihn. Und dann gehen wir ihn zusammen und grundieren. Heute. So, wir kommen jetzt zum Grundieren. Ich habe meine Nebenstifte noch mitgenommen. Und wir machen jetzt einen Challenge daraus, wer schneller grundiert. So, jetzt ist es gewesen mit der Challenge. Wenn du denkst, du kannst es genauso gut wie mir, dann bewirb dich für uns. Los, jetzt van mich. Bis zum nächsten Mal.